Hallo, mein Name ist Daniel und hier geht es gleich weiter und zwar habe ich den Eingang jetzt endlich gefunden zu dieser Saint-Chapelle-Kirche wahrscheinlich und dann kann ich da jetzt auch gleich reingehen. So hat eine Zeit gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass man vielleicht dort rein kann, aber letztendlich habe ich den Eingang gefunden. So gut, dann klettern wir hier einfach erstmal ein bisschen rum, uh, schick, schick, schick. Wow, so muss ich dann hier irgendwo, irgendwo hin. Oh, Mist, jetzt habe ich glaube ich die Markierung entfernt. Was soll dieses Licht nur erhellen? Das Licht hier, wa? Egal, ich gehe einfach mal, sag, nichts passiert, ich gehe einfach mal hier hin. Ach, schade, dass ich mich da nicht hinsetzen kann. So, ab hier hoch. Oh. Frame rate. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Wenn ich den Kopf aus dem Arsch bekomme. Hm. Mal sehen, was das, was das zu bedeuten hat. Alter, warum stoppt das denn so? Mann, Mann, Mann. Was soll dieses Licht nur erhellen? Wir reden wahrscheinlich von diesem Licht da oben, oder nicht? Weil ein anderes Licht sehe ich hier nicht. Obwohl, Adlerauge, Mann, Mann, Mann. Wahrscheinlich soll ich das Adlerauge benutzen. Tipp ich mal. Okay, da unten ist irgendein Eingang, aber ich muss dort hinten hin. So, abstoßen, geht alles nicht, schade. So, also, das ist ja total unflüssig gerade. Stocken, bis zum geht nicht mehr. Also, was soll das nur erhellen? Ja, was soll das nur erhellen? Das werden wir jetzt sofort rausfinden. Sorry, dass das wieder so lange gedauert hat. Aber, jetzt haben wir es. Ja. Boah. Schaut euch das mal an. Okay, was passiert jetzt? Wahrscheinlich irgendwas mit Parcours. Oder so. So, so wie es aussieht, muss ich da jetzt hin, da hinten. So, come on. Sehr gut. So, da jetzt hin. Ähm, so, wie komme ich da jetzt hin? Mann. Warum dauert es denn? Alter. So, perfekt. Endlich da. Was, was, was? Und jetzt nur noch da hoch. Nee, nicht da hoch. Sondern nach unten. Ach, scheiß drauf. Da hin. Oder? Was soll ich noch mit diesem Medaillon umfüllen? Na, gute Frage. So, wohin geht's jetzt? Ich denke mal, das ist eine berechtigte Frage, oder? Wohin geht's jetzt? Was anderes würde mir hier jetzt nicht anfallen. Ich gehe einfach nochmal da oben hin. Das Medaillon muss irgendetwas damit zu tun haben. So, hier einmal ganz kurz hoch. Nochmal drehen. Okay, ich muss hier irgendwie einfach hin. Also, das ist wahrscheinlich eine Stoppuhr. So eine Art Stoppuhr, war? Mann, 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 Mann. Ja, will ich doch. Hm. Okay, nochmal. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Also, ich werde das in dieser Folge auf jeden Fall noch schaffen. Und dann geht's in der nächsten sofort weiter. Komm, überspringen wir. Geht nicht. Okay. Okay. So, und jetzt. Jetzt wird's etwas knifflig. Aber, ah, hier lang. Ach, Mist. Perfekt. Perfekt. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache hier schon eine kleine Pause und dann springen wir im nächsten Part einfach da runter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.